Das Seysler Wörterbuch ist im Jahr 2000 herausgekommen. 2.500 Wörter. Aber natürlich haben wir das nicht alle zusammen verwischt. Darum haben wir jetzt noch einmal Anlauf genommen. Es sind über 130 neue Wörterbuchartikel, die vorkommen. Ich erzähle noch kurz drei Beispiele daraus. Eines der neuen Wörter im Seysler Wörterbuch ist Gannerle. Gannerle macht man mit Würferzucker, das habe ich hier nicht. Aber man legt das in den Schnaps, den V-Aus-Saugen und so essen. Gannerle kommt vom französischen Ganner, der die Ente den Kopf ins Wasser streckt, um sich etwas feines auszufischen. Also es ist fein. Einfach Zucker. Ich habe also nur die Vespergläute. Schau mal das Blättchen. Es ist einfach so. Vespergläute, das war ein Wort, das in der ersten Auflage nicht drin war. Das sind die Leute, die an die Vesper gingen. Am Sonntagnachmittag, früher. Und wenn man halt so miserable Karten bekommen hat, dann konnte man eben auch von dem reden. Ich habe nur die Vespergläute verwischt. Noch ein anderes Wort ist das ein Kräbel. Eigentlich ist das ziemlich ein Kräbel. Oder natürlich auch das hier. Das ist ein Kräbel. Das ist vorher noch nicht drin vorgekommen. Kräbel natürlich schon, aber eben genau das Wort als Kräbel, das ist jetzt so frisch im Wörterbuch. Also werde ich das selber nhưng mitНу pri croß吧. Dann habe ich es heute wieder gehört.